Ja, hallo liebe Freunde, ein Jahr vergeht ziemlich schnell. Was soll man sagen, wir haben schon wieder Weihnachten und ich möchte mich an dieser Stelle bei euch ganz herzlich bedanken, dass ihr immer so toll dabei wart. Eure Likes, eure Kommentare, ich liebe das besonders, das ist für mich ein schöner Ansporn. Und ich finde es immer irgendwie toll und das motiviert mich so unheimlich, dass ich immer wieder neue Sachen auch auflegen möchte. Und da sprechen wir allerdings nochmal in der Neujahrsansprache drüber, die wir jetzt nachher im neuen Jahr machen. Aber wie gesagt, ganz toll, es berührt mich unheimlich manchmal, was so manche schreiben und auch Erfahrungen mitteilen. Ich bin wissbegierig und ich hoffe, es geht auch so weiter mit euch. Und ich würde mich persönlich sehr freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder mit dabei seid bei Jörgi und Timmy, bei unserem Kanal Idee Gesundheit. Auf jeden Fall, lasst euch überraschen, wir haben wieder viele neue Sachen für euch. Und in dem Sinne, bleibt gesund, ein schönes Weihnachtsfest mit euren Verwandten und Bekannten. Ich verbleibe ganz lieb, euer Jörgi und euer Timmy. Macht's gut, wir hören uns.